Hallo, ich bin die Frau Wimmer aus Leipferdingen. Mich kennen ganz viele Konstanzer schon. Ist ja klar, ich gehe schon über Jahrzehnte auf den Wochenmarkt, liebe euch Konstanzer, über alles natürlich, wie ihr meine Ware. Wir haben den EU-Stempel seit 2014, sind ganz stolze Besitzer damit. Das heißt, wer den EU-Stempel hat, darf selber schlachten und das machen wir auch. Und wir hoffen weiterhin, wir haben Saisonbetrieb, wir haben ganz tolle ausgefallene Grillware, wir haben an Ostern Lamm, jetzt geht es bald los mit Wild und Gänse und so weiter und so fort, alles von heimischen Bauern. Wir haben Jungbauern und freuen uns einfach, dass wir hier sein dürfen und verkaufen dürfen.